moin moin und hallo heute wollen wir diesen schönen aus holz gefertigten rudermaschine die mit wasserwiderstand arbeitet montieren das ding ist klappbar wie viele andere rudergeräte auf dem markt auch es gibt nämlich rudergeräte die im stück bleiben das heißt also die leiste wo wir uns rauf und runter bewegen ist fest mit dem body verschraubt bei diesem hersteller hier ist es wirklich sinnvoll gelöst ist eine klappfunktion das heißt also der ist sehr kompakt wenn wir ihn hinstellen und wir haben ihn auch relativ schnell wieder aufgebaut weil wir müssen nur diese beiden komponenten herausklappen und können dann schon wieder workouten um jetzt aber in die montage zu gehen stellen wir ihn aufrecht vor uns und fangen dann an wie ihr sehen könnt den klappmechanismus zu bedienen ihr könnt hier natürlich solltet ihr immer aufpassen dass eure fingerchen hier nicht bei den hanks zwischen kommen dann ist aua ein bisschen angesagt so was machen wir wir klappen das ding jetzt erstmal auf das heißt wie ihr sehen könnt können wir so eine kleine dreieckige freundin hier starten also wir haben jetzt so wie eine klappleiter vor uns und jetzt lassen wir das dinge nach unten und stellen es vor uns hin und nun werden wir hier unten erstmal den sitz einbauen nun kommen wir zur installation des der sitz gelegenheit an unserem systemchen das heißt wir haben hier ein pfeil dran und können den zufolge wissen wo vorne und hinten ist das sehen wir natürlich auch in den aussparungen hier hinten ist nämlich die abluft die dann bei ja beim boost den ihr einsetzen könnt hinten abgeleitet wird dadurch kriegt ihr vortrieb und hier vorne ist für euer schenkelplatz ist aber auch ein pfeil dran das heißt dieses teil ist kugelgelagert mit jeweils zwei oder mit mit jeweils einem paar auf jeder seite an rätschen die laufen hier auf der schiene jetzt oben lang so das ding kriegen aber so nicht da rein so das heißt also wir holen uns erstmal ein schraubbräer oder wir nehmen das mitgelieferte equipment und holen hier und holen hier diese anschlagsdämpfer die dort montiert sind heraus das hat der hersteller sehr schön gemacht denn dadurch haben wir nämlich haben wir nämlich die möglichkeit direkt zu sehen wo die wieder hinkommen so raus damit und jetzt haben wir nämlich die möglichkeit hier mit unserem dinge rein zu fahren das heißt wir kommen jetzt hier vorne an setzen die kugelgelagerten freunde auf und zack sind wir drin und kommen noch nicht mehr raus das heißt selbst bei hartem seegang werdet ihr immer noch platz nehmen können gut das ding kann zurück und jetzt schrauben wir dieses ding wieder rein entweder mit der maschine oder halt mit dem mitgelieferten ich habe jetzt hier eingestellt sechser drehmoment das heißt das sollte reichen und dann ist noch die andere seite zack so jetzt haben wir hier vorne nämlich die möglichkeit als dämpfer zu fungieren den rest immer mit mit hand noch festschrauben wenn es mit machine und dann nämlich am ende ist könnten wir das dadurch zu hart einsetzen so das heißt die haben wir jetzt hier befestigt gucken wir noch die andere seite kurz zack ok jetzt kann man hier vorne gegen fahren und dann flutscht nicht vorne weg das heißt also hinten ist ein anschlag und vorne ist ein anschlag damit ist unser schöner sitz installiert nun befinden wir uns beim vorderen part sprich über unserem wasserwiderstandsbehälter und sehen jetzt dort sind zwei schnucklige schrufe am start die hat der hersteller schon reingeschraubt das ist sehr sinnvoll denn so können wir jetzt einfach hingehen und wissen die gehören dahin das heißt die holen wir jetzt erstmal raus zack erste schraube raus damit zack da haben wir die erste und die zweite so wenn wir das raus haben kommen wir mit diesem ablagefreund der passt nämlich sehr schön darüber schreibst du oben reinlegen damit schreibst du dann mit dem teil wieder dort ins gewinde reinpasst dicke seite nach vorne kleine seite nach unten und im wechsel damit sich einseitig ist und dann haben wir nämlich dort schon die möglichkeit unseren kumpel mit dem zug mit der zugstange abzulegen das heißt zugstange nehmen und können dann so umdrehen das es schön dort in position bleiben kann das ist doch nice oder sehr einfach das ding kommt hier vorne dass der halter und kann dann hier plöpp abgelegt werden und der halter kann dann natürlich danach entfernt werden schwupp weil jetzt können wir das auch noch richtig umdrehen dass es schön aussieht jetzt haben wir nämlich hier den schutz dass es nicht wegfliegt aber wir haben gleichzeitig hier die möglichkeit ist einfach wegzunehmen und dann losdrehen zu lassen exquisit als nächstes haben wir dieses formschöne mit holz verarbeitete tablet ständer teil mit metall komponenten dies kommt hier vorne dran so dass wir hier das tablet drauf stellen können und währenddessen beim rudern darauf auch eine gute sicht haben das können wir nämlich verstellen so das heißt hier gehen wir mal nah dran ans system und hier heißt es jetzt natürlich auch wieder verzieht oder zieht die dingers da ab hier die 1234 die kommen raus und dafür werden wir dann wie soll ich sagen diese zusammen mit dem halter wieder einsetzen so das heißt also hier kommt wieder unser schreibstimmfreund drauf alle abnehmen vier stück müssen raus die sind alle identisch also könnt ihr die auch mixen so und dann kommt unser ständer oben drauf dadurch wird nämlich auch hier dieses teils sehr schön verdeckt werden und jetzt packen wir hier unsere schräubchen wieder hinein denn die schräubchen sind die die jetzt unseren ständer schön in position halten können der dann unser tablet zum beispiel halten kann oder unser smartphone oder unsere lektüre was haben wir denn sonst noch was wir während des ruderns lesen oder anschauen wollen unseren kleinen fernseher also es gibt da viele möglichkeiten wie und was und wo ihr das da drauf machen könnt und wollt ihr zur abwechslung mal dann beim rudern dort eine etwas komfortablere rudersierung hin bekommt so jetzt rein damit ihr schrauben das im kreuz verbund fest das heißt also nicht eine seite fest die andere seite dann sondern wir gehen von der einen seite über die andere seite und haben dann die möglichkeit das vernünftig festzuschrauben vernünftig einfach effizient am schluss immer noch mal handkontakt check machen dass sie auch wirklich fest sind oder komplett mit dem mitgelieferten werkzeug dort vorgehen so das ist doch schon mal schön jetzt gucken wir uns noch die funktion an raus mit uns jetzt seht ihr können wir hier in diesem radius uns bewegen und das auch noch auf uns einstellen wie wir das gerne hätten exzellent nun klappen wir unser rudergerät in die stellung in die wir es auch lagern und können dann von unten gesehen ihr seht ja hier unten ist der wasserkasten können wir von unten gesehen reinschauen und sehen dort die stromversorgung für unseren computer jetzt kommen wir mit den galvanischen zellen an da gibt es eine flache seite die kommt an die springs zack legen diese da rein die erste in die ecke rein und kommen in der nächsten und die da ist die spring auf der anderen seite machen wir die auf die andere seite drauf dabei sollten wir gucken dass wir auch beide rein kriegen und ihr hört ein piepen das heißt dass jetzt unser gerät einsatzbereit ist nun brauchen wir natürlich einen widerstand denn ohne widerstand lässt sich schlecht rudern weil dann haben wir ja gar keinen widerstand und außerdem würden die blades hier auch nicht vernünftig in linie stehen können die würden nämlich dann rumeiern und das ist doof deshalb brauchen die einen widerstand um sich vernünftig bewegen zu können um das zu erreichen haben wir an dem objekt sprich an unserem container oder oder wie ihr nennen wollt wassertank haben wir so eine nippel abdeckung zack da ist die nippel abdeckung und jetzt hört ihr der unterschied auch schon da drinnen war ein unterdruck und den haben wir jetzt gelöst und jetzt sind die auch viel freiläufiger also selbst wenn ihr das hört dieses klackern das ist nicht schlimm denn über den transport kann sich dann ein unterdruck oder überdruck in dem tank setzen das ist ein gutes zeichen weil das bedeutet dass es dicht ist okay so wie machen wir das jetzt wir haben hier eine pumpe diese pumpe ist nicht nur für kraftstoff da sondern sie ist auch hier da damit wir hier wasser befördern können das ist nämlich der primäre einsatz dafür und wir können jetzt wasser aus diesem putz becher da hier in unseren tank pumpen damit und während ihr das macht funktioniert das so dass wir hier dran ziehen dadurch wird ein unterdruck hier erzeugt der unten wasser anzieht okay dann wird das wasser hier die wasser solle hoch transportiert und durch diesen flexiblen schlauch dann zack in unsere rowing machine das können wir genauso auch andersrum handhaben so kriegen wir das ding rein wasser stand wird angehoben und wenn wir dann hier haben wir eine markierung zwischen minimal und maximal also minimal müssen wir mindestens machen maximal sollten wir höchstens machen und das wäre auch stufe sechs also die härteste stufe dann gibt es fünf vier drei zwei eins das wären dann die abstufungen der stärken im ruder geschehen wenn wir also zu viel reingeballert haben machen wir es genau andersrum wir stecken hier unsere pumpe ran und lassen das wasser dann da rauslaufen okay das heißt also erstmal wollen wir ja was rein füllen das heißt pumpi ins wasser schnorchli in die machine dann halten wir die fest und ziehen drücken ziehen drücken seht ihr dadurch transportiere ich jetzt das wasser aus meinem kanister rein in die maschine in die rudermaschine die hier wunderschön aus holz gefertigt ist und reinpassen hier ein paar literchen es kommt wirklich darauf an welche kraft ihr da gerne haben wollte ein hoher eine hohe füllmenge bedeutet natürlich mehr kraft die wir aufwenden müssen um das wasser weg zu schieben und eine minimale oder eine leichte wassersäule da drin heißt dann haben wir nicht viel widerstand können es leichter zurückschieben so und jetzt wenn wir zu viel drin haben sollten drehen wir das system um schwupp schwupp packen also die seite hier rein und können so dann das wasser wieder heraus pumpen so geht es andersrum wenn euch das mal abreißt ist nicht schlimm da habt ihr einfach zu viel power seht ihr hier das könnt ihr auch ohne machen so dann sieht man sogar besser wie das wasser da oben rein kommt und dann heraus gepumpt wird also das ist hier die funktion der pumpe ist trotzdem gewährleistet also ich hole das wasser wieder raus und zwiebel das wasser dort dann wieder in mein system zurück so wenn wir das also dann voll füllen haben wir die möglichkeit einen hohen widerstand zu setzen und wenn wir es nicht so voll füllen haben wir damit dann die möglichkeit einen niedrigen widerstand beim rudern zu erfahren so wenn fertig sind sprich wir haben unseren wahrscheinlich natürlich bei euch den maximalen wert eingestellt dann könnt ihr den nippel wieder nehmen hier und es wieder zumachen bei der erstbefüllung oder beim austausch des wassers solltet ihr immer eine tablette dabei haben diese tabletten das sind so chlortabletten die sind dafür da nicht zum naschen nee nee keine gute idee nicht naschen okay die sind dafür da um das wasser da drinnen fit zu halten wir sollten die so alle drei monate wechseln alles ja drin ist euch überlassen damit das wasser da drinnen nicht anfängt zu schimmeln weil da kommt natürlich biomasse rein das ist einfach so das ist ja nicht steril oder um das um diesen prozess noch zu verlängern könnt ihr destilliertes wasser nutzen schweres wasser zu benutzen ist glaube ich ein bisschen zu zu weit herbegrößen oder ihr könnt vorher das wasser auch noch abkochen aber lasst es dann wieder kalt werden so würdet ihr die länge der haltbarkeit des wassers in eurer rowing machine natürlich vergrößern aber diese tabletten helfen uns chemisch gesehen dabei sehr viel weiter das ist wie im schwimmbad dort kommen ja auch chlorinswasser rein und das hält einfach fresh das hält das wasser länger durchsichtig denn wenn das irgendwann nach einem halben jahr dreiviertel jahr dann oder ein jahr anderthalb jahr irgendwann trübe ist dann pumpt ihr es ab wie ich euch das gerade demonstriert habe und füllt einfach neues wasser rein was für wasser kommt rein ganz normales leitungswasser beziehungsweise destilliertes wasser bzw abgekochtes wasser und dann kommt die tablette da rein und unser nippelchen unser dicht freund kommt wieder an den start und wir wissen ja da war ja vorhin unterdrückt drin das ist richtig schön dichter drinnen und das ist auch wichtig denn jetzt haben wir einen widerstand den gegen den wir dann an rudern können sehr schön so können wir also die füllhöhe anhand der füllhöhe in unserer rudermaschine die power verändern nun kommen wir zu den einstellungen unseres computers unserer rudermaschine an diesem wasserruder gerät hier ist es so dass wir dort eine eine sehr detaillierte und leise dokumentation unseres ruder bereiches einsetzen können der funktioniert so dass ein äußerer ring da ist und eine taste in der mitte diese taste ist touch gesteuert das heißt wenn wir jetzt den ruderschlag beginnen würde das gerät einfach anfangen und los zählen wie viel schläge zeit geschwindigkeit entfernung etc wir dort ballern würden wir können natürlich auch mit mit einem dreh impuls das gerät wieder an machen und es geht nach vier minuten in aktivität wieder aus das heißt wenn ich jetzt hier das losruder dann würde dort es starten und wir sehen auch schon jetzt die einzelnen einstellungen die dadurch laufen das heißt jetzt gerade sind wir im loop modus der fängt dann an und zeigt uns im nachhinein welche einzelnen einstellungen dort dann angezeigt werden während des ruderns das heißt wir fangen bei der zeit an wie lange wir rudern dann wie viel kilometer das heißt also die geschwindigkeit beim rudern dort eingehalten werden dann die entfernung die kalorien die watt anzahl die wir leisten die ruderschläge die 500 meter tempo und dann noch die ruder fix oder frequenz mit smp oder spm wenn wir das einstellen wollen können wir diesen tasten benutzen und dann vordefiniert auf eine einzelne sektion gehen das heißt also entweder die uhrzeit wird oder die die workout zeit wird uns angezeigt die kilometer die strecke dem zufolge die entfernung und die geschwindigkeit war vorher dann die kalorien die verbrannt worden sind in unserem set in unserem set wie viel watt wir hauen und natürlich die ruder zahl das 500 meter tempo wird immer dann bei 500 meter wieder neu gesetzt dann natürlich hier oder frequenz so das heißt so bleibt es dann auch drin geht also nicht hin und her sondern verbleibt dort um jetzt eine einstellung zu setzen kommen wir hier und drücken ein mehr und dann gehen wir hier in den programmiermodus und können jetzt die zeit zum beispiel einstellen die wir gerne rudern möchten sagen wir mal fünf minuten haben jetzt eingestellt und können das gleiche auch für kilometer machen einstellen oder für die kalorien die wir verbrennen wollen können wir einstellen diese sachen sind voreinstellbar und wenn wir dann beginnen zu ruder würde es jetzt nach fünf minuten uns eine meldung geben und dann sagen digga dat und so und sie ist um die werte zu löschen müssen wir einfach drücken und eine zeitlang halten da wird es nämlich gerätet das ist der bouton der hier jetzt wo mein finger sich befindet ist und es gibt natürlich auch die möglichkeit eine bluetooth verbindung aufzubauen das heißt also wir haben jetzt hier unser gerät ist an dann setzen wir uns an unseren computer das ist in form eines tablets am start hier werden wir jetzt ganz aufs profil gehen als das ist nun beispiel das können natürlich auch noch andere geräte leisten weil wenn sie bluetooth fähig sind könnte man das dort machen das heißt also wir gehen hin und werden dort auf einstellungen gehen gerätemanager und dort das gerät und ein gerät hinzufügen also ein plus setzen dann ist es eine rudermaschine als nächstes hier müssen wir jetzt aus der liste aussuchen in diesem fall hier bei diesem gerät ist es so dass wir es nicht hier drin finden in der auflistung bei den ganzen geräte auflistungen ist es manchmal nicht dabei dann suchen wir uns das bluetooth programm das ist ftms nächste und dann sehen wir hier der roll machine nächste und nun wird die rower vw3 das ist das gerät auf dem wir gerade sitzen ausgewählt und wir können es nun per jetzt geben wir den markennamen ein dieses gerätes um einfach zu sehen was es ist und das modell und können dies dann mit ok bestellen habe ich das gerät eingegeben das seht ihr jetzt leider nicht weil das warum auch immer auf schwarz in schwarz gesetzt ist also ich habe eingegeben v w v it für die firma und unten steht v minus w3 das ist das gerät in dem wir hier uns oder technisch ballern wollen kommt natürlich der punkt wo wir ja die verbindung hergestellt haben und jetzt sollen wir anfangen zu rudern damit wir merken dass es funktioniert das heißt also wir ziehen los und rudern und rudern und dort sehen wir jetzt dass die verbindung geprüft wird und ob die die genannte ruderfrequenz die watt und so weiter übereinstellen wenn dies der fall ist sehr schön können weiter drücken und haben das gerät abgelegt und können dann natürlich hier loslegen mit challenges und so ganz einfach gechillt ein rudersession starten und dies auch noch akkurat mit einem display vor uns am ruder gerät selber hier das ist eine sehr angenehme sache wir rudern dann hier zack zack und haben dabei schönes ambiente jetzt ist das standbild aber wenn ihr euch dann abo holt etc könnt ihr dort auch locations abrudern die ihr dann ja zur ablenkung während des harten workouts bewältigen könnt so habt ihr also auch der auch auf eurer rudermaschine zu hause die große welt der rudergemeinschaft im petto ja und dann geht es los ihr nehmt platz zack auf der dinge eure füße noch einstellen in der größe dazu einfach hingehen und die größe an rund eurer definition hoch oder runter versetzen und dann könnt ihr euch mit dem füßchen schön reinrasten schön anziehen damit ihr fest verbunden seid das ist wie beim ruder gerät auch zack dann seid ihr fest zack und könnt loslegen kurz computer einstellen und ab geht's ja woher woher ich wieder fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives feedback und sehr cooles gefühl hier die beine die beine sind sehr schön eingesetzt da unten sehr stabil drin es fühlt sich wirklich wie in einem kajak in einem fünfer vierer zweier ruder freund an nochmal dann sage ich vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir einen positiven feedback und bis zum nächsten zun zun zur sch sch Vielen Dank.